Ich bin die Sophia, ich bin 26 Jahre alt und bin im Online-Marketing. Mein Name ist Christine und meine Position ist Social Media, nennt man auch Content-Manager im Bereich Instagram und TikTok. Mein Name ist Barton Wilkic, ich bin 29 Jahre alt, ich sitze in der Buchhaltung und bin schon seit anderthalb Jahren im Unternehmen. Mein Name ist Peter Meffert und bin in der Auftragsabwicklung bzw. dem Vertrieb tätig. Im Online-Marketing beschäftige ich mich mit unterschiedlichen Bereichen wie dem Produktmarketing, Social Media oder der Aktionsplanung. Und im Grunde genommen ist unser Ziel, das Produkt dem Kunden näher zu bringen. Meine Tätigkeit ist die Buchhaltung und alles, was damit zu tun hat. Das bedeutet Kreditorenbereich, Debitorenbereich, Forderungsmanagement und am Ende des Tages helfe ich den Chefs eigentlich. Meine Tätigkeit sind täglich neue Videos. Natürlich, TikTok und Instagram sind sehr schnell, deswegen brauchen wir da immer wieder was Neues. Und Emmy hat ja sehr viele Produkte, deswegen haben wir jeden Tag viele neue Videos zu drehen. Ich liebe es einfach mit den Leuten hier zu arbeiten, weil die einfach lustig sind und es Spaß macht. Weil man offen hier ist für neue, kreative Dinge. Ich bin mittlerweile sieben Jahre hier im Unternehmen. Meinen Arbeitsplatz beschreibe ich als sehr angenehm, sehr arbeitsfreundlich. Viele liebe Kollegen, ja das macht das Ganze am Ende des Tages wertvoll. Mein persönliches Highlight in diesem Unternehmen sind die Messen. Wir sind öfters im Jahr auf Messen in verschiedenen Ortschaften hier in Deutschland verteilt. Und das bringt die Truppe immer wieder gut zusammen und bringt auch sehr viel Spaß. Ich bin jetzt schon seit sieben Jahren bei Emmy. Ich habe meine Ausbildung hier gemacht. Ich bin Selbstausbilder geworden, habe mein duales Studium hier abgeschlossen. Habe schon einige Jahre mit Emmy verbracht und wir sind wie eine kleine Familie zusammengewachsen, unterstützen uns gegenseitig und sind ein gutes Team. Also mein Highlight ist definitiv, dadurch, dass ich abteilungsübergreifend arbeite, das Miteinander mit den Mitarbeitern und arbeite auch sehr nah mit den Chefs. Dadurch kriege ich halt einiges mit und da ist natürlich wichtig, dass man sich grundsätzlich sehr gut versteht. Das Tolle bei Emmy ist, du hast ja jeden Tag neue Produkte, die hier einfliegen und deswegen kannst du immer wieder ganz viele neue Videos drehen. Dadurch entsteht eine tägliche neue Herausforderung, aber gleichzeitig auch abwechslungsreich. Es ist nie dasselbe. Also was würde ich einer Bewerberin oder einem Bewerber empfehlen? Auf jeden Fall den Mut zu fassen, die Bewerbung abzuschicken, Motivation mitzubringen und gute Laune ist auch immer gerne gesehen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir miteinander sehr gut können. Dadurch macht das Arbeiten natürlich viel mehr Spaß und du hast nichts zu verlieren. Probier es einfach aus, was hast du zu verlieren. Mach es einfach! 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 Mach es einfach!